So, hallo liebe Zuschauer, jetzt der King Pinguin wieder mit am Start. Ja, ich bin in Team Blau und wir haben gerade gewonnen. Na toll, und ich mich hat es gerade rausgeschmissen, dadurch dass ich jetzt gerade beim Auto war, mein Handy holen. Äh, spielbetretend. Ich joine gerade direkt nach Team Blau, bist du ja? Ja. Hoffe ich doch mal, dass ich mit rein kann in das Team. Ja. Wäre echt nicht schlecht. Nein, Team Blau ist gerade gesperrt. Äh. Wart mal kurz. Also du auch in Team Rot gehen, wenn man gegen mich spielt als mit mir. Nichts, was man dir abraten würde. Naja, ich finde jetzt das Toilettenlogo hier so unschön so auf Dauer. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal... Ich gehe jetzt einfach mal in Team Rot rein. Ja, du doch. Wir gewinnen, nee. Das ist völlig egal. Ja, ja, das sehe ich auch gerade. Deswegen bin ich ja jetzt hier drinnen, zwecks Balancing und so. Oh ja. Ja, einfach. Okay, eigentlich braucht man Sniper und, äh, Dings, Sentryker. Sentryker macht den da nicht dicht, dass dann nicht alle hochrennen, weil die Spione nicht mehr so gut machen wollen. Ja. Naja. Warum das hier keine Arbeit macht, die Jungs zu verbergen etwa? Da läuft die ganze Zeit rum, als, äh... So, jetzt muss ich mal schauen. Ich hab jetzt erst mal gut gedefft. Jetzt muss ich mal gucken, wo unser Wagen ist. Und... Ja. Oh doch, das geht schon. Ihr seid besser dran, seid nicht dabei. Vielleicht auch seit ich, äh, auf die dumme Idee, um zu snipen. Könnte auch mehr Klärung zeigen. Ich glaub, die ich persönlich nicht für sehr ablich halt. Naja. Ähm... Bleib stehen. Ah. Hier hat ein Spion weggefallen, eigentlich. Guck dir auch mal passieren. Im Haus gegenüber bin ich wohl weggesreibt. Naja. Mist. Ich werd wieder der Schnelle. Jetzt soll ich dich nicht die ganze Zeit über meine Dick aufklären. Ach. Ich ignorier das grad. Ich hab grad so viel mit mir zu tun. So hart. Ich bin grad nur am Deffen, dass da, dass da nichts passiert, aber ich bin grad tot. Und irgendwie ein Scheinkehner von uns, äh, zu verteidigen. Sorry. Ich hatte grad die Ansicht in meinen Kopf rein, weil die Kamera so, äh, verbuggt war mit dem Körper. Da konnte ich mein Gesicht zu sehen. Ah. Ja. Ja, okay, jetzt seid ihr wirklich am Deffen. Hä? Naja. Ah. Von hinten. Dieses Sackgesicht. Niko R25. Naja, was ist mit dem, der ist mit dem, der macht doch gute Arbeit. Nö, fand ich grad nie lieb von dem, dass der ist. der mich umbringt. Naja. Abgesehen davon. Ah, gut. Abgesehen davon, dass er mich umbringt, ist ja alles okay mit dem Menschen. Mö, hä, hä. Mö, hä, hä, hä. Mö, hä, hä. Mö, hä, hä. hey jetzt könnte ich zu deinem team wechseln ich mache gut habe ich das bin ich jetzt blau ja ja blau stand gerade so gehört sich das gleich mal gucken wo du es damit ich zu dir komme da oben der noch ein headshot drei headshots oh yeah pass auf weg wir müssen zwar mal hingehen ich weiß nicht dass das teil hoch fährt ah Mist wo wurde es denn aufgefassen? gegenüber ah von dort ah Mist ja der hat mich auch gerade der Uderer hat aber auch schon fettes Gewehr ja die Brachs hat den letzten Kontrollpunkt fast erreicht naja ich mache weiter wuup wuup wiese klein wiese ein Viecher wupp wupp einfach durch und vor und sterben ah ich habe doch auch geschossen die Gegner rennen gerade durch mit ihrem Ding wir sollten uns ja vielleicht aufhalten wir sollten uns ja vielleicht aufhalten wir sind ja ah ja die fahren gerade hoch ich kann gerade nicht in den ersten drei Sekunden wir können ein bisschen mehr sie da runterschießen hey Team Red gewinnt wir waren doch eigentlich am gewinnen unser Teil steht seiner halben Ewigkeit da direkt an dem Teil ja richtig das wollte ich jetzt eigentlich gerade machen aber da ich habe halt die Gegner zum Schlag unterstützt das tut mir ja leid 4 3 2 1 Hauptsache die schmeißen ihre Granaten raus naja ist uns ja egal die können sich ja da gleich wieder aufladen unter die beiden Schränke das ist ja in dem Bereich kein Problem die sonst wo überall rausfallen kommt gar nicht in den Sniper-Modus da liegt die schon am Boden da liegt die schon am Boden jetzt haben wir nicht zu sagen der Aufersteine ist das Tier schon mal ah Mist hinter mir Sack so bin wir dabei wenn man immer von so einem blöden Weg hier losrennen müsste ey ok sieht wieder ganz gut aus für euch sieht wieder ganz gut aus für euch so klein irgendwo hier ist hier ein Spion ah Mist jetzt war der Sniper von der Familie ich hätte ah Mist naja ich komme gleich weg ich bin froh aber jetzt mache ich mich ich renne jetzt mal hoch und schieße den Sniper weg und dann so so einer schiebt den alle voran gehen Reiger hoch Sniper nach drüben auf los komm hoch mit dir komm du bist es der hoch schiebt jaja ich bin der der hoch schiebt ok ich bin der der dafür sorgt dass mich der Sniper nicht weghaut jetzt bin ich versuch dafür zu sorgen dass sich der Sniper nicht wehaut aber gar was besser aber wo der nicht ah da steht mal da irgendein Ohrmohin hinter mir ist was ah Mist bin down ja der ist einer so runter gesprungen von der Ohrm aber in der Luft kann ich leider keine Leute abschießen dafür wie ich der rechte Schütze aber gleich kann ich euch wieder unterstützen die Bombe hat den letzten Kontrollpunkt fast erreicht ok irgendwie können wir uns gerade ein bisschen okay fühlen wir überall was war denn das jetzt für ein Mist kann ich doch nicht abschliess mich da hinten in der blöden wieso bin ich denn jetzt in Team Red was ist denn das denn Mist was ich bin jetzt in Team Rot gejoint worden ich habe gerade bei uns in Team Blau habe ich gerade das Feed äh die Bombe so weit gebracht ne ja und da haut es mich in Team Rot rein das ist ja gerade echt dreist ja 4 4 2 1 wo kann ich sehen ob ich zu dir joinen kann also woran sehe ich das äh drück auf m äh auf den Punkt und dann öffnet sich das Menü dann kannst du das machen zu dem Rot ich bin jetzt mal in Team Rot ja so so aber er macht den Ausgleich wie die was sie in Team Blau gemacht hat man wieder rot ist ja so wie gesagt worden eben die verstehe schon warum Team Rot nicht ist rot ist nämlich 9 gegen 11 oder so baut er gucken warum Team Blau war eben so gewonnen weil die Spieler ja eh wechseln können die sie wollen in Teams ja ich weiß nicht wie intelligent es ist ah Mist Flamme ja ach man ja irgendwann könnte ich dann mal nach dem nach dem Gefecht äh frag ich mir dann mal die ganzen schönen Items drauf die ich hier so erworben hab hast du schon welche bekommen jetzt soweit ja in dem Gefecht hab ich jetzt schon mal hab ich schon 3 weil also insgesamt heute haben wir 3 insgesamt Arte Team Blau war es nicht der Spione Team Rot ist Werfer Team Team Grün ist der Heiler oder was Team Blau immer und dann Team Roter Spione erstmal 3 Leute umgebracht 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 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 6 5 6 6 5 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 6 6 7 11 11 11 12 12 11 12 11 12 12 12 13 13 14 15 14 16 16 16